Guten Tag und Hallo aus dem Harting Expertenforum in Espelkamp. Mein Name ist Christopher Ukatz. Ich bin seit 1.10. diesen Jahres als Geschäftsführer Vertrieb für die Gesellschaft in Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich. Ich möchte Sie heute noch einmal darüber informieren. Ich denke, Sie haben es aus den Medien bereits erfahren, warum wir uns entschieden haben, die Messe in Nürnberg physisch abzusagen. Es geht uns um Sie, liebe Kunden und natürlich auch Lieferanten und unsere Mitarbeiter, um Ihre Gesundheit. Wir möchten Sie davor schützen und bewahren. Und deshalb haben wir uns entschieden, digital die ganze Messe dementsprechend aufzuführen. Wir sind für Sie trotzdem da. Nicht wie gewohnt physisch vor Ort, aber über Social Media Kanäle wie LinkedIn oder YouTube. Sie erhalten von uns in der nächsten Woche sogar über vier Tage, nicht nur drei Tage, die die Messe beansprucht, sondern sage und schreibe vier Tage mit anschließenden Experten Digital Tech Medians. Erhalten Sie von uns umfängliche Informationen über all unsere Neuprodukte hier aus dem Harting Forum in Espelkamp. Über Live-Sessions mit unseren Experten als auch mit den Außendienstmitarbeitern, die Ihnen bekannt sind, können Sie im Vorfeld bereits Termine für diese Web-Sessions buchen. Dazu verweise ich an diese Stelle nochmal auf harting.com.sps. Vereinbaren Sie hier gerne einen Termin oder kommen Sie einfach so zu uns vorbei. Wir sind für Sie da. Es ist natürlich traurig, dass wir keinen persönlichen und direkten Austausch haben. Aber dennoch freuen wir uns auf nächste Woche auf Ihr Kommen und auf Ihre Gespräche zum Fachsimpeln und zum Austausch. Bis dahin. Tschüss. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020